...durch seinen magischen Moment, Raphael Vandervaar, 24. Minute. Und den Spiel noch? Okay. Es ist noch ein bisschen Rieskopf noch übrig für Werder Bremen. Wir sind mittlerweile zwei Minuten drüber. Noch steht die drei beim SC Freiburg und noch sind es nur zwei bei Werder Bremen. Max Krose, das ist Johannes Blum, mittlerweile eigenwechselnd. Die Freiburger haben es in den letzten fünf Minuten ganz gut hinbekommen, die Bremen vom Eigentor fernzuhalten. Und sie sind clever genug.